Oh, sie haben es endlich aneinander vorbeigeschafft. Oh, sie haben das U-Zeit im F umfunktioniert. Und verändern jetzt den Morse-Code. Oh, jetzt haben die beiden Dinger hier. Sehr, 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 sehr mit Formen angenommen. Und jetzt ist beides zu einem zusammengewachsen. Gihau. 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 Du sammelst mal den einzelnen Dinger da ein. Einsammeln hab ich gesagt. Einsammeln hab ich gesagt. Einsammeln hab ich gesagt. Okay, die machen wieder verrückte Sachen, aber sie sind wenigstens bald... Und sie hören natürlich mal wieder nicht auf mich. So. Okay. 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 Was ist das? Das ist sehr interessant. Mal wieder. Ey, das Loch wurde gefüllt. Das Loch wurde gefüllt. ok interessant was sie da auch schon wieder treiben mal so Ja, ich kann leider nicht noch einen Brickthorn spawnen. Schade. Aber man merkt ja, schon mit 15 Brickthorns ist das Spiel teilweise überfordert. 16 würden dann wahrscheinlich noch problematischer werden. 17. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine sehr auffällige Lücke. Finde ich. Oh, sie haben bald. Der da hat wieder Aggressionsprobleme. Oh, sie haben bald. Oh, sie haben bald. Oh, sie haben bald. Untertitelung des ZDF, 2020